Heute möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man ein Aquarium einrichtet. Da geht es jetzt weniger darum, der Stein muss dahin und die Pflanze da, damit das alles toll aussieht, sondern es gibt ganz, ganz viele Faktoren, was man bei einer Einrichtung bedenken muss. Zum Beispiel, damit wollen wir mal anfangen, erst die Einrichtung und dann die Technik oder erst die Technik und dann die Einrichtung. Welche Bodengründe gibt es? Wollen wir lieber Sand oder Kies? Was hat alles Vor- und Nachteile? Und das ist heute die Aufgabe dieses Videos. Fangen wir gleich mit der Technik an. Es ist tatsächlich so, dass man erst die Technik installieren sollte, den Heizer, den Filter und so weiter. Denn dann weiß man, wo das im Aquarium ist und man kann es vielleicht mit der Einrichtung verbergen, indem man einen Stein davor stellt oder Holz davor macht oder Pflanzen davor macht. Deswegen bitte mit der Technik anfangen. Nehmen wir mal so einen Heizer. Wir haben zum Beispiel einen normalen Regelheizer. Und wenn wir, wir wollen ja das tropische Zierfische halten, dafür brauchen wir eine gewisse Wassertemperatur, so um die 25, 26 Grad. Und wenn wir diesen Heizer jetzt im Aquarium hier anbringen, dann sieht der ja blöd aus. Und deswegen würde ich später bei der Einrichtung aufpassen, dass man dort vielleicht Holz vormacht. Das wäre Nummer eins. Wenn wir aber gleich sagen, Heizer finde ich doof und ich möchte sowas nicht im Aquarium haben, besteht auch eine Möglichkeit. Man kann auch einen Außenheizer nehmen, der einfach in den Filterschlauchkreislauf integriert wird und dann hat man keinen störenden Heizer im Aquarium. Also das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ist eine Alternative. Und es gibt noch eine dritte Variante an Heizern. Die hat allerdings tatsächlich nichts mit der Erwärmung des Wassers zu tun, sondern hier geht es um warme Füße für die Pflanzen. Und dieser Heizer, wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie ein Bodenheizkabel einbauen wollen, dann ist das tatsächlich das allererste, was Sie reinmachen müssen. Denn wenn Sie später schon Kies drin haben und dann fällt Ihnen ein, das Bodenheizkabel vergessen, dann können Sie alles wieder raus machen. Viel blöd. Deswegen wäre das Nummer eins. Das wird einfach in Schleifen auf dem Boden verlegt. Ich deute das jetzt nur mal an. Da gibt es dann Sauger dafür. Mit denen wird das Bodenheizkabel befestigt auf dem Boden und dann können Sie wunderschön diese Schleifen im Aquarium legen, sodass die Pflanzen angespülte Nährstoffe an die Wurzeln bekommen. Das Bodenheizkabel ist nicht dafür da, dass das ganze Wasser erwärmt wird, sondern einfach nur es sorgt für eine Zirkulation des Wassers im Boden. Dadurch werden Nährstoffe an die Pflanzenwurzeln gespült und die Pflanzen wachsen besser. Also das ist das Thema Heizung. Das nehme ich jetzt einfach mal wieder raus, damit es ein bisschen übersichtlicher wird und nicht so technisch aussieht. Dann wollen wir einen Filter installieren. Wir haben eigentlich immer die Wahl, außer bei ganz großen Aquarien, da macht ein Innenfilter keinen Sinn. Aber wir haben immer die Wahl zwischen einem Innenfilter, der im Aquarium angebracht wird. Wie beim Heizer auch hier, wenn wir sagen, nee, stört mich, will ich nicht, dann nehmen wir keinen Innenfilter, sondern dann nehmen wir einen Außenfilter. Und beim Außenfilter gibt es auch was zu beachten. Es gibt einige, die sagen, das Wasser muss ja angesogen werden und es wird wieder zurückbefördert ins Aquarium. Ich sauge an der einen Seite des Aquariums an und auf der anderen Seite wird das Wasser reingefördert, damit man eine schöne Strömung hat. In der Praxis funktioniert das nicht wirklich. Man muss tatsächlich das Ansaugen an einer Seite machen. Wir machen hier mal das Ansaugrohr fest. So, und das Zurückfördern des Wassers an der gleichen Seite. Denn jetzt haben wir tatsächlich eine Strömung, die sich rüber bewegt und unten wieder zurück geht und dann wird es angesogen. So haben wir eine schöne Strömung im Aquarium. Das macht Sinn. Und auch hier haben wir wieder Technik, die wir später verbergen wollen. Und es macht zum Beispiel auch beim Heizer viel Sinn, dass wir diesen Heizer in der Nähe des Ansaugrohres festmachen. Der Heizer heizt übrigens nur im unteren Teil. Und wenn wir jetzt eine Wasserzirkulation haben, weil dort Wasser angesogen wird, dann umspült dieses Wasser auch den Heizer und wir haben eine schöne Ausbreitung der Wassertemperatur. Was haben wir noch an Technik? Wir haben einen Thermometer zum Überprüfen der Wassertemperatur. Das müssen wir tatsächlich an die Frontscheibe machen, damit wir das auch sehen. Das macht keinen Sinn, das Ding zu verstecken. Sollten wir einen Außenheizer haben, brauchen wir das nicht. Weil der Außenheizer zeigt tatsächlich digital über das Display die Temperatur an. Das ist eigentlich erstmal alles, außer wir wollen eine CO2-Anlage installieren. CO2 für Wasserpflanzen, der essentielle Nährstoff überhaupt. Eine CO2-Anlage hat einen kleinen Diffusor, der im Aquarium angebracht wird. Und mit diesem Diffusor wird das CO2, das Kohlendioxid im Wasser gelöst. Und genau das wäre auch wieder ein technisches Produkt, was im Aquarium versteckt werden sollte. Dann haben wir eigentlich alles fertig und wir können uns überlegen, welchen Bodengrund wir nehmen und wie wir das Aquarium weiter einrichten. Und wir können uns überlegen, welchen Boden wir nehmen und wie wir das Aquarium weiter einrichten. Und wir können uns überlegen, welchen Boden wir nehmen und wie wir das Aquarium weiter einrichten.